Hau nochmal ab. Ich muss erstmal einen Film machen. Film? Film? Grüße! Hey, könnt ihr bestimmt 20 Minuten, Stevie und ich filmen, und die würden beide immer nach Saft gehen. Weil dann würde für einige Sachen aufzeichnen, die bestimmt 20 mal die Hausordnung abschreiben müssen. Das ist ja in den 20 Minuten. Stevie, alter Fick-Fehler. Ist klar, oder? Film! Herz, lieber.